Wie bist du schon Level 11? Ich weiß nicht wie ich schon Level 11 bin. Willkommen zurück bei Pokemon. Guten Tag. Schon reingegangen? Nee. Du müsstest mich doch sehen. Gegen den hier hab ich schon gecampt. Und du? Nee, ich geh jetzt erst mal rein. Kommt jetzt ein Wild Pokemon. Kommt auch mal irgendwas anderes? Den muss ich doch nicht kennen. Oh, okay. Wildes Pokemon. Kommt hier auch mal was anderes außer Radfahrt? Dann noch Level 3? Nee, ich hab einfach... Wie heißt das? Nebulak oder wie das heißt? Nebulak? Nebulak gibt's dir gar nicht. Von Dings von Gengar. Die erste. Das fang ich glaube ich. Wenn Teckel funktionieren würde. Ach so und das schläft, was? Und deswegen klappt Teckel nicht. Wenn Pokemon schläft? Ja. Ich setze hier die ganze Zeit nur Blut ein. Hä, warum hat Teckel keinen Effekt? Dann fang ich's einfach so an. Kann ich schon nicht auf mir sitzen lassen? Hast du schon mal die Fang-Animation gesehen? Nee. Wie sieht die aus? Was? Was? Das wird man von... Ich hab das von der Seite irgendwie geworfen. Auf ihn. Das ist komisch. Man sieht mich gar nicht. Und jetzt muss ich gegen Dings hin. It's Wind ist es wieder da. Was hast du denn gerade gefragt? Äh, Ghastly. Wie heißt das auch? Ja, hier ist auch ein Ghastly, aber es ist weiblich. Nee. Nee, ist doch nicht egal. Nee. Ich weiß nicht mehr, was meins ist. Hab ich gar nicht mehr aufgefunden. Weltspuff. In der Pokemon-Welt haben nur Frauen, Schwule und Transsexuelle weibliche Pokemon. Als ob. Echt? Nee, ich glaub schon. Wirklich? Also die NPCs auf jeden Fall. Ja, mein ich ja. Alter, das Ding schläft. Ich hab's so gefangen, ohne eine Attacke zu benutzen. Also ich hab's versucht, aber ich hab geklappt. Hab ich irgendwas verkehrt gemacht? Ich hab das Item, glaub ich, falsch eingesetzt. Ich fang jetzt mal Ghastly. Ja, aber irgendwie muss man's doch, muss man doch ein Pokemon. Alter, die Fang-Animation ist ja sowas von verwirrend. Ja. Ja. Ich war jetzt so hässlich. Was? Ah! Äh, keine Ahnung. Von der Junker spiel ich noch halt. Ja, da ist. Ich hab's total. Kann der Penner mal jetzt aufwachen? Vielleicht kriegen den hier schon gekämmt? Ich hab gleich keinen Gloot mehr. Ja okay doch, ne hab genug. Alter, kann der mal bitte aufwachen, ne? Syndic will wach auf, man! Ja Bruder, danke, dass du aufgewacht bist, Bruder! Ja, so kann ich nicht auch. Bruder ist endlich wach! Kann man die Pokémon endlich umbenennen? Sicher nicht! Was macht eigentlich dieser It's Wines immer die ganze Zeit hier? Der steht immer die ganze Zeit bei uns in der Nähe! Schon seit der letzten Folge! Wird die XP eigentlich verteilt? Na für die Pokémon. Also für die Pokémon im Team? Mhm. Ne, sieht nicht so aus. Ich bin jetzt einfach Ghastly als mein erstes Pokémon. Wo bist du hin? Ich bin immer noch im Tor. Aber welches ist doch gemerkt. Weiß ich nicht genau. Ich bin immer noch im Tor. So, ich bekomme ne neue Bock. Ich hab ne TM bekommen. Ist du überhaupt noch da? Ja. Das ist nur ne TM. Ich weiß nicht, ob das 82 oder so. Ein Ghastly kann nur Lick und das andere auch und ich weiß nicht warum, aber das andere ist einfach schneller. Ich bin immer noch im Tor. Ich bin immer noch im Tor. Ich bin gewonnen. Hm nee, jetzt bin ich weg, hier muss gar keinen Bock mehr. Mein Ghastly ist Paralyse? Auf dem Weg hierhin ist einfach einer auf einem Groudon geritten. Geil. Mann, okay. Wieder Backswind. Ich würde sagen, es ist sehr nervig. Das Spiel? Nee, nicht das Spiel. Das ist mit dem wilden Pokémon. Achso, ja. Kommt viel zu oft. Ich meine, ich mache es für euch kurz, das kommt direkt wieder ein wildes Pokémon. Okay. Boah, das ist Level 6 des Gasplay. Meins ist Level 4 erst. Aber ich weiß nicht, wie man ein Pokémon freilässt. Welchen Pokémon-Zentler? Ah, ja. Ich bin schon wieder eingeschläfert. Was für eine Hure. Was für eine Hure. Ich bin schon wieder eingeschränkt. Es hat gar kein Bock jetzt zum Pokémon-Center zu gehen und gucken, ob es da geht. Bruder ist endlich was. Ja, Bruder ist endlich wieder was. Da hab ich reingeschlügt. Mhm. Da. Ach. Mann, nee. Diese Kämpfe. Diese wilden Truppen, Mann. Wie soll man das überleben? Einen Kampf nach dem anderen. Ich hab nicht... Okay, doch, ich hab jetzt eine Potion. Ich hab auch nur eine Potion. Ich fang einfach jetzt, ähm... Noch ein Gasly. Die Potion fressen. Fängst du jetzt noch ein Gasly? Mhm. Und warum kommt der Pokéball von hinten? Wenn man Pokémon fängt. Und einfach seitlich. Find Master Lee upstairs. Kann sein, dass jeder Syndiquil als Starter genommen hat? Ja, Junge. Wer nimmt denn die anderen zwei? Es sind auch noch überall... ...diese Trainer die ganze Zeit. Vor jeden Treppen sind einfach Trainer. ...und es ist auch noch mal... ...und es wird... ...und es ist auch noch ein paar PfeDs. Pugel-Dollar Ah, ich hab's endlich geschafft Was geschafft? Richtig zu kommen Ich hab jetzt einfach 2 Ghastleys, 1 level 4 und 1 level Da bist du ja Äh, siehst du mit? Ja Ja Ich kämpf jetzt gegen den gleichen Typen Ja, ich kämpf jetzt gegen den Rivalen Achso, ja okay, dann Musst du mir einfach langsamer Nee, ich muss jetzt gegen den Master Lee kämpfen Master Lee Davor Ich krieg mir die Escape Rope Ey, du Ficker Wo holst du dir denn die Escape Rope? Ah, hinten Dem Master Lee Jetzt muss ich gegen den Master Lee Hä? Was ist grad passiert? Ich hab grad nen Kampf gemacht Und direkt danach kommt einfach ein wildes Pokémon Und was ist denn los hier? Ohne ihn zu machen Ich kann gleich zur Arena Ich kann gleich zur Arena Ich auch gleich, Harry Ja Hucke Dollars Warum ist da Larry, Junge? Larry filmt einfach alles Das ist einfach ein Larry Beim Kampf gegen meinen Rivalen War auch schon ein Larry da Mit ner Kamera Und jetzt ist Larry da unten an den Treppen Larry Larry Wieder nur Pokedoller Und Protein Meister Lee Meister Lee Riu Riu Und was will denn jetzt Weint Der Charakter steuert sich Schon wieder nicht Hallo Warum steuert der sich denn jetzt schon wieder nicht? Was ist mein Rivale? Was ist mein Rivale? Wo ist Larry um das ganze zu filmen? Charakter Ich muss kurz die Aufnahme pausieren Also Kann Muss aber nicht Genau Mario ist ein Instrument Ich frag mich warum mich der Penner grad nicht bewegen kann Mario ist ein Instrument Was macht man mit Pokedollars Was macht man mit Pokedollars Was macht man mit Pokedollars? Weil die normalen Spielen Sachen einkaufen Und Pokedollars? Und Pokedollars? Keine Ahnung Warum haben die zwei Ähm Proverungen in dem Spiel Sind sie bescheuert Alter das ist einfach ein fucking Latias Alles klar It's Wines steht natürlich auch wieder hier draußen Alter Huthut Huthut Mit meiner letzten Glut hab ich einfach nur noch den Kampf gewonnen Crazy Oh Quick Attack Ich schreibe schon wieder in Gratul Ja Wo war denn die Escape Route? Ja ok Da sieht einer aus wie blau Ja blau Bist du mit der Escape Route rausgegangen? Natürlich Ich glaub doch nicht den ganzen Weg normal raus Ja Macht Sinn Ich geh danach in Pokemon Center Um diese ganzen Schlichen ganzen Schrott den ich dabei hab Dazulassen Ich bin schon im Pokemon Vielleicht würd jetzt den Arenaleiter machen Auf die Strong nochmal Ja Upgrade Borg Ok Ich hab jetzt herausgefunden wie ich Pokemon ablege Oder Pfeiler Wie? Ah ein PC Was macht sie? Eine da hat eine Impotenmütze Ich will die auch Wie hast du die bekommen? Du musst nicht schreiben Wie sie auch war Ich denk sie wär ne Königin Oder ne Königin Oder ne Kaiserin Dumme Schlappe Was macht sie denn? Kinder? Kinder? Freundlich? Ganz Gar nicht Digga die will mir nicht mal antworten Mit seinem Bastard Wie hast du den Empoleon Cat bekommen? Ich denke, sie kann ein Spielchen mit mir spielen. Ich bin jetzt in der Arena. Wie lasse ich jetzt aber die Pokémon da? Du siehst ja übrigens. Ich habe sie reingezogen. Ich habe jetzt nur ein Pokémon in meinem Team. Ich habe zwei. Ghastly und Syndical. Muss man danach Dings tauschen, damit es zu einem Gänger wird? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Was ein Dreck, man. Und lass einfach gegenseitig tauschen danach. Da ist Donald. Was war das? Da ist Donald Trump. Der will gar nicht kämpfen. Die Arenen sehen hier voll cool aus. Dings. 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 Was folgt uns das ganze Spiel jetzt? Da ist das ganze Let's Play dabei. Bis zum Ende. Dings. 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 sie hat mir geschrieben ja keine ahnung wie kann man den freundschaftsanfragen geschicken ach keine ahnung keine ahnung wie sie es gemacht hat naja bludo dann gucke ich mal ob ich wenn ich dich anklicken ich habe jetzt was nein so ein anderer tief los gehts los gehts Das muss man eignen Oh, kaum sie Nein Ja, Byrne Bist du überhaupt noch da? Ja Bist du auch schon beim Arena-Leiter? Nee, ich gehe jetzt zum Arena-Leiter Weißt du jetzt, wie du die Emporien-Mütze bekommst? Nein Was hat sie denn jetzt privat geschrieben? Ich paracke mich die ganze Zeit Ich mach mal die Boxen auf Okay, ich hab jetzt den ersten Warum muss ich hochklettern, um den Orden zu machen? Geil Was musst du auf den Weg bekommen? Dankeschön, Leute, Dankeschön Ich hab den ersten Orden Donald Es gibt, glaube ich Es gibt nur Kanto, Yoto, Sinnoh Und einer Also Gen 1, Gen 2, Gen 5 4 und Gen 5 gibt Ja, den 4 ist das Wichtigste Das geht mir am Arsch vorbein Ist noch irgendwas Wichtiges? Bist du eigentlich, Junge? In In Der Arena jetzt Ich würde jetzt meine Aufnahme beenden Mach das Ich wollte ja nach dem Arena-Leiter aufhören Hier bin ich doch Ja, 25 Minuten ist okay, denke ich Ja Warte mal kurz Kann ich nicht ändern, wenn ich dich Kann ich nicht ändern, wenn ich dich verrede Boom.